Die Lügen sind enttarnt. Wir werden heute die Risikoeinschätzung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland ändern. Wir werden sie ab heute als hoch einschätzen. Diese Situation ist ernst und sie ist offen. Ja, das ist also eine schwerwiegendere Krankheit. In den Protokollen steht jedoch, interessanterweise, dass man Covid nicht mit der Influenza vergleichen sollte, da bei der Influenza mehr Menschen versterben würden. Und es müssen die Leute endlich mal anfangen, das auch sich einzugestehen, dass wir komplett von vorne bis hinten verarscht wurden. Und dass mit uns ein Spiel gespielt wurde. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Die Lügen sind enttarnt. In Klammern RKI-Files. Von Marc Friedrich. Ich bin gespannt, was passiert. Wir haben uns zu den RKI-Files natürlich schon einiges reingezogen. Wir haben des Weiteren auch einen Talk mit Dr. Wolfgang Wodak gemacht, den ich unten verlinken werde. Auch zu dem Thema. Könnt ihr gerne abchecken. Ansonsten würde ich sagen, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt ein Kommentärchen. Abonniert diesen Kanal. Und ich würde sagen, der Peter geht los, Digi. Und los. Wir werden heute die Risikoeinschätzung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland ändern. Wir werden sie ab heute als hoch einschätzen. Diese Situation ist ernst und sie ist offen. Das heißt, es wird nicht nur... Auch davon abhängen, wie diszipliniert jeder und jede die Regeln befolgt und umsetzt. Der bundesweite Corona-Lockdown von Mittwoch an... Ich habe schon vergessen, dass die Merkel da noch Bundeskanzlerin war. Crazy. ...ist beschlossene Sache von einer Notbremse. Das ist die Rede, denn so warnte Bundespräsident Steinmeier in einer Ansprache, die Lage sei bitter ernst. Es ist ein gigantischer Skandal, ein Jahrhundertskandal. Die sogenannten RKI... Wodak wurde sogar bei Alex Jones erwähnt. Echt? ...protokolle offenbar... Alex. ...ganz klar, dass die gesamte Corona-Politik der letzten Jahre auf keiner wissenschaftlichen Grundlage gefußt haben. Es war eine rein willkürliche politische Entscheidung, uns die Freiheitsrechte zu nehmen, den Lockdown zu implementieren und vieles mehr. Und der Oberhammer ist, dass diese Protokolle zwei Jahre lang herausgeklagt werden mussten und dass dann, als man sie herausgeben musste, ein Großteil geschwärzt wurde. Und vor allen Dingen auch von wem rausgeklagt, weißt du? Das ist ja auch die Sache. Das wurde von einem alternativen Magazin rausgeklagt. Wie heißen die nochmal? Das ist ja das Krasse. Das waren keine offiziellen Medien, kein Stern oder kein Spiegel oder keine Frankfurter Allgemeine oder was auch immer so. Die ganzen großen Blätter, die ganzen großen Zeitungen, die auch alle das hätten tun können, haben das nicht getan. Und so. Das ist ja auch das Krasse dabei. Ein kleines alternatives Medium hat das quasi, hat dafür gesorgt, dass diese RKI-Files überhaupt rausgeklagt werden. Dann hat es zwei Jahre gedauert und dann wurden 80% davon geschwärzt. Das ist ein Riesenskandal. Juckt aber niemanden. Paul Schreier, genau. Wie heißt das Blatt nochmal von ihm? Sind wir in China oder was? Und trotz der Schwärzungen bergen diese Dokumente einen politischen Sprengstoff und belegen mal wieder, dass die Kritiker, Aluhuträger und Multipolar, so Querdenker doch recht behalten haben. Und die großen Mainstream-Medien Warte, das müssen wir nochmal hier auf der Zunge zergehen lassen. Jungs, die meinen uns. Bergen diese Dokumente einen politischen Sprengstoff und belegen mal wieder, dass die Kritiker, Aluhuträger und Querdenker doch recht behalten haben. Und die So. Mainstream-Medien sträuben sich stärker wie je zuvor davor, sich damit inhaltlich auseinanderzusetzen. Stattdessen macht man genau da weiter, wo man aufgehört, nämlich man diffamiert die Kritiker als rechte Spinnen natürlich und warnt davor, dass eine Aufarbeitung Demokratie gefährden würde. Kein Spaß. Wer mir schon länger folgt, der weiß, dass ich schon seit Monaten dafür plädiere, dass wir endlich eine faire und sachliche Aufarbeitung von damals benötigen. Um auch die Gesellschaft wieder zusammenzubringen, um die Spaltung zu kitten. Und genau deswegen mache ich heute mit dir gemeinsam einen Deep Dive in die Protokolle durch die Geschichte der Corona-Zeit. Ich finde halt, dass, also es gibt ja ein paar Mainstream-Medien, die auch dann angefangen haben, darüber zu berichten. Aber ich bin nicht in Deutschland, ich kann es nicht sagen. Könnt ihr mir gerne auch in den Chat mal reinschreiben. Was habt ihr denn für ein Gefühl? Ist da eine Aufarbeitungsstimmung? Wird darüber viel geredet in den Mainstream-Medien, im Mainstream-Fernsehen, auf den Öffentlich-Rechtlichen? Ist das Thema, Digga? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Das müsst ihr mir sagen. Schau mit dir gemeinsam an, was damals wirklich passiert ist. Schnall dich an, halt dich fest. Es hat es wirklich in sich und dir werden Haare ausfallen. Schnallet den, mein Alter. Wir sind drin. Aluhut aufsetzen, los geht's. Werden or whatever. Egal, ob geimpft oder ungeimpft, ob Pro- oder Kontra-Lockdown, diese Nachrichten müssen raus. Denn selbst der größte beförderte Maßnahme muss jetzt doch mal langsam dazu kommen, nachzudenken und sich am Kopf zu fassen und zu fragen, war das alles rechtens? Und ich bitte dich jetzt schon, dieses Video zu liken und zu teilen, denn es ist wichtiger denn je. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen und, wie ich finde, essentiellen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Es ist ja schon absurd, dass ich als Finanzexperte mich solchen Themen annehmen muss, weil die großen Presseorgane dies nicht machen. Wie kann das sein? Ja, und es gibt ja noch den wahren Journalismus. Aber wieso muss ein kleines Magazin wie das Multipolar-Magazin zwei Jahre lang darum kämpfen, um die RKI-Protokolle zu sehen und zu sichten? Und wieso macht das nicht wie früher der Spiegel, der für investigativen Journalismus bekannt war? Und wieso fängt man dann sogar an, das Multipolar-Magazin und den Redakteur anzugreifen und rechts zu framen? Aber klar, während fast alle Mainstream-Medien nämlich sich mit dem Thema Corona abgefunden und damit abgeschlossen haben, hat das Online-Magazin Multipolar genau das getan, was wahrer Journalismus tun sollte. Ja, und so ist es dem Magazin auch gelungen, die bislang geheim gehaltenen Protokolle des RKI-Frei zu klagen. Ja, du hörst richtig. Die waren geheim gehalten, man musste sie frei... Eigentlich krass, dass da noch so viel geschwärzt wird. Ja, ich sag dir ehrlich, es müsste eigentlich ein Riesenaufschrei in der Gesellschaft in Deutschland geben. Habe ich super Stopp gemacht hier gerade, ne? Also es müsste eigentlich ein Riesenaufschrei geben in der Gesellschaft. Von der Bevölkerung vor allen Dingen auch so, weißt du? Weil wir sind ja diejenigen, die das alles ausbaden mussten. Wir sind ja diejenigen, die gezwungen wurden, zu Hause zu bleiben, sich impfen zu lassen, Abstand zu halten. Denn teilweise sind Großmütter von Menschen gestorben, die nicht mehr von ihren Kindern, Enkelkindern besucht werden konnten. Aber da ist ja so viel passiert, dass da die Leute nicht sagen, ey, Digga, das geht gar nicht, was hier gerade passiert. Und dann werden diese Dokumente auch noch geschwärzt. Da müsste es eigentlich jeder deutsche Bürger, der wirklich lebt einfach nur, müsste eigentlich sagen, ja, das ist eine Riesenschweierei. Schweinerei, meine ich. Die Transparenz. Und statt es abzufeiern, was macht die Mainstream-Presse? Sie versucht, den Inhalt kleinzureden und framet auch den Journalisten und das Multipolar-Magazin als rechtsnatürlich. Da gibt es noch Leute so, ne? In dieser Umfrage, die wir uns reingezogen haben, vom friedvollen Krieger zum Beispiel. Da gibt es wirklich Leute, die sagen, ja, aber man konnte ja nicht wissen. Und die das noch rechtfertigen dann quasi. So ist crazy. Das sind Verschwörungstheorien, ganz klar. Gib mir mal nach dem Video Bescheid unten, ob du es auch als Verschwörungstheorie siehst und ob Multipolar und Paul Schreier Rechte sind. Ich glaube einfach, dass diese Nazi-Kolle nicht mehr funktioniert. Und ich finde die auch langsam ein bisschen abgenutzt und inflationär verbraucht. Willst du nicht? Ja, und vor allen Dingen, das Traurige dabei ist ja, dass im Endeffekt auch die richtigen Nazis jetzt sich auch totlachen und sagen, ja geil, jetzt wurde das Wort Nazi so krass in der Öffentlichkeit einfach rumgeschleudert, bei jedem, der ein bisschen eine andere Meinung hat. Jetzt können wir richtigen Nazis einfach Nazis sein, ohne dass wir diffamiert werden können. Das ist so dumm auch. Weißt du, wie ich meine? Das ist so dumm auch. Weil es gibt richtige Nazis. Die lachen sich tot gerade. Grün? Rechts. Verwendest du keine Pronomen? Rechts. Das relativiert den Scheiß. Findest du die grüne Energiepolitik missraten und gescheitert? Rechts. Willst du Kinder? Rechts. Und auch wenn sie mainstream-medien ist, jetzt versuchen... Vor allen Dingen, das Ding ist so, rechts sein ist ja nicht mal schlimm, Bro. Also rechts heißt ja nur im politischen Spiel. Rechts heißt ja einfach nur, die sitzen im Parlament auf der rechten Seite. Rechts heißt ja nicht automatisch Nazi. Das ist auch so eine Sache, die zusammengeworfen wurde. Rechts heißt nicht rechtsradikal. Links heißt auch nicht linksradikal. Aber in Deutschland ist es halt so, wenn du nur als Rechter genannt wirst, dann bist du schon in dieser, oh, NSDAP-Adolf-Hitler-Richtung. Weißt du, wie ich meine? So, da bist du schon ein Nazi eigentlich im Endeffekt. Und das ist auch so dumm einfach. Die Inhalte klein zu reden, so haben es die Protokolle doch tatsächlich in sich und haben auf einen Schlag wieder tausende Verschwörungstheorien wahr werden lassen. Ja, als Lothar Wähler, Chef des Robert-Koch-Instituts am 17. März 2020 die Risikostufung auf hoch eingestuft hat, ahnt noch keiner, dass das der Beginn einer beispiellosen Welle an harten Corona-Maßnahmen sein wird. Und wenn ich jetzt sage, dass diese Einstufung nicht evidenzbasiert war, sondern eine reine politische Entscheidung war, glaubst du mir das? Ist aber so. Und das ist der eigentliche Hammer. Und da brauchen wir Aufmerksamkeit jetzt. Was haben wir nach dieser Einstufung gesehen? Lockdowns, Schulschließungen und der Ausschluss der Ungeimpften aus dem öffentlichen Leben. All das sollte in den kommenden Monaten folgen und war ein direktes Resultat der anfänglichen Panikmache vom RKI und der Bundesregierung. Doch bleiben wir beim Ausgangspunkt, nämlich der Risikohochstufung durch das RKI. War diese überhaupt wissenschaftlich irgendwie begründet? Im Artikel von Multipolar heißt es, Zitat, Eine interne fachliche Diskussion zur Risikoeinschätzung gab es anfänglich. Die Hochstufung im März erfolgte jedoch abrupt und wurde offenbar von außerhalb des RKI initiiert. Kurzer Hinweis, ich habe zu den RKI-Files mit Dr. Gunther Frank ein Interview geführt. Das findest du hier oben und unten. Und ich bitte dich jetzt schon, schau es dir an und bitte teile es kräftig. Denn YouTube drosselt dieses Video und hat es natürlich erst mal gebannt. So viel zur Transparenz und zur Aufarbeitung und Aufklärung. So wie mein Wodak-Interview auch. Extrem. Das erste Wodak-Interview hat nach einem Tag 120.000 Klicks gemacht oder so. Nach zwei, drei Tagen schon 200.000 Klicks und dann auf einmal von einem Tag auf den anderen Stopp. Kein Klick mehr dazu gemacht so. Einfach stehen geblieben. Und das Neue haben die von Anfang an erst mal gesperrt, dann mir eine Sperre reingehauen, dass ich eine Woche keine Videos hochladen kann. Und jetzt halt einfach extrem gedrosselt, sodass es keiner sieht. Nicht gewünscht, dank dem DSA. Aber schauen wir, was das Multipolar-Magazin noch schreibt. Im Weiteren geht man da... Das ist so krass. Das zweite Wodak-Interview, das hätte eine Million Views gehabt. Ich schwöre dir. Das hat nach zwei, drei Tagen zwei, dreihunderttausend Klicks gemacht. Und dann haben die gemerkt, nee, das können wir nicht zulassen. Das ist so crazy, wie die da selbst rumhantieren. Ja, das drosseln wir mal jetzt, Digga. Hier, gucken wir mal so und so. Das ist crazy. Das war ein, dass der Druck von außerhalb über die Tage zuvor stark zugenommen hatte. Ende Februar noch hatte das RKI das Risiko für die Bevölkerung vorerst als gering eingestuft. Doch dann kam ein Bewusstseinswandel. Denn gleichzeitig machte ein hochrangiger Mitarbeiter von Spahn Druck, dass man nun die Wirtschaft lahmlegen und Vorkehrungen für Ausgangssperren von unbestimmter Dauer... Song Wukong sagt, gerade vor zehn Jahren war YouTube einfach komplett anders. Wirklich komplett. Ja, am Anfang gab es gar keine Regulierung, musst du dir mal überlegen. Da konntest du einfach Videos hochladen. Es waren ein paar Nerds, die eine Plattform entwickelt haben und gesagt haben, hier, wir wollen eine Videoplattform zur Verfügung stellen, das ist das nächste Ding so. Und dann konntest du da einfach Videos hochladen. Da gab es keine Einschränkungen oder irgendwie so eine Scheiße. Remark it, Bro. ...treffen müsse. Ja, holla die Waldfee. Ein paar Tage später erhöhte auch die WHO den Druck auf die Regierungen weltweit. Und nachdem es die ersten sieben Fälle in Deutschland gegeben hatte, wobei kein Infektionsweg nachvollzogen werden konnte, erklärte auch Spahn, dass sich Deutschland am Beginn einer Corona-Epidemie befinde. Aber selbst da war das RKI immer noch eher zurückhaltend. Warum? Weil man die Zahlen hatte. So sagte RKI-Vize-Chef am 28. Februar 2020 noch, Meine Einschätzung wäre, dass sich das in etwa bewegt in der Schwere wie eine starke, bisher starke Grippewelle. Kein Grund zu Panik oder gar für Lockdowns. Am gleichen Tag betritt aber auf einmal dieser Mann hier, Bill Gates, die Bühne. Auf seinem Blog erscheint ein Artikel mit dem Titel How to respond to COVID-19. Ebenfalls erscheint ein Beitrag von Bill Gates im New England Medical Journal, dem wohl angesehensten Medizinsjournal der Welt. Komisch, oder? Und jetzt wird's lustig. Ja, da heißt er immer... Der Bruder hat sich das Thema direkt unter den Nagel gerissen. Er hat gesagt, okay, das ist hier eine Chance gerade. Das müssen wir nutzen. Was bildest du dir ein, über fachfremde Themen zu referieren? Ja, das macht doch Bill Gates auch. Der ist Programmierer, hat nicht mal einen Uni-Abschluss, aber auf einmal publiziert er im angesehensten Medizinsjournal der Welt über Medizin, obwohl er von Tutor... Ich weiß noch, wie die den Cousin einfach im deutschen Fernsehen eingeladen haben. Wisst ihr das noch? Bill Gates in der Tagesschau? Oder das ist so krass? Good evening, Mr. Gates. Good evening. So far the virus... Bisher hat das Virus am härtesten die Industrie... Dicker, das ist einfach Pandemie gerade. Weißt du, wie ich meine? Lockdowns. Alle sind zu Hause eingesperrt. Und dann gibt's nichts Besseres, als zum Thema Impfstoff einen Softwarehersteller einzuladen und den dann im deutschen Fernsehen öffentlich-rechtlich zu befragen, so. Ist das dein Ernst? Warum fragt man den? Was hat der damit zu tun? Und dann sagt man, ja, aber Leon, Digga, du darfst die Maßnahmen nicht kritisieren, weil du bist kein Dings hier. Du bist kein... Kein Virologe. Also, du hast ja gar keine Ahnung. Da musst du schon auf Bill Gates hören. Der ist Softwareentwickler. Der weiß mehr. Wild. Er hat keine Ahnung. Ein Milliardär, der von niemandem jemals gewählt wurde, gibt Tipps und Tricks, wie man sich zu verhalten hat in einer Corona-Krise, die er vielleicht selbst ausgerufen hat. Und sicherlich ist es nur reiner Zufall, dass er kurz vorher in eine jahrelang erfolglose kleine Impffirma in Deutschland investiert hat und... So, spätestens jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo der Aluhut aufgesetzt werden muss. Überleg dir das mal, Digga. Er erklärt auf einmal der Welt, was zu tun ist, aber... In den folgenden Tagen wurde... Wieso? Als Softwarebetrüger hatte er doch viel mit Viren zu tun. Hast recht, Bro. Den... Diesen Zusammenhang habe ich gar nicht gefunden gerade. Wisst du? Da kann man hier aus dem Chat noch was lernen, Digga. Deus, ich küsse doch deinen Herz. Durch die Politik, durch WHO, aber auch durch Bill Gates immer größer. Spahn trat zum ersten Mal mit... Hier, ich habe Quick Mix gesagt, ich bin auch Softwareentwickler. Mich hat keiner gefragt. Siehst du? Warum haben die nicht Quick Mix gefragt, Bro? Geiler Name übrigens, Cousin. Auf der Bundespressekonferenz auf. Ihr erinnert euch an diese Bilder. Und das RKI blieb... Bruder, guck dir das... Guck sie dir an, Digga, die... Guck sie dir an, hier, die Marionetten. Bro. Bro. Wer kennt das noch? Willkommen bei der Bundespressekonferenz. Letzte Woche hat sich das Video mit dem Geständnis von Dr. Drosten schneller verbreitet, als wir dachten. Es wurde so oft geteilt, dass ein exponentielles Wachstum stattgefunden hat und es somit viral ging. Ich möchte gerne einmal aus den YouTube-Kommentaren vorlesen. Diego G. schreibt, es gibt unter Garantie ein paar Idioten, die dieses Video für bare Münze nehmen. Und Blue Subspace schreibt, 35% werden nun diesem Video glauben. Klaus wird uns gleich etwas dazu sagen. Ja, mach ich. Wir wollen diese Kommentare... ...und nicht unkommentiert stehen lassen. Nein, nein. Bitte, Klaus. Soll ich jetzt... Soll ich jetzt was sagen oder sagen Sie was? Na, zu den Kommentaren, Mensch, Klaus. Weil ich weiß jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll. Die waren ganz lieb, die Kommentare. Also, es wurde jetzt öfter behauptet, dass dieses Video fake ist, aber ich möchte, dass Sie mir bitte glauben. Ich bin kein Arzt, ich heiße Klaus und ich bin Schauspieler. Und wenn da etwas anderes behauptet wird, ist das Verstunken und Erlogen. Ja, ich denke, das haben wir jetzt alle verstanden. Ich habe noch eine Frage, die ich gerne vorlesen würde, direkt an das Kochinstitut. Liebes Kochinstitut, wir würden gerne Chiquitina Gulasch kochen. Leider fehlen uns dafür die Zutaten, weil wir nicht genug gehamstert haben. Gibt es aus der Bundesküche vielleicht ein paar Kniffe, die wir anwenden könnten? Doch, da kann man sicher was machen und ich weiß gar nicht, ob die Frage jetzt an mich ging. Kann man sicher was machen und ich weiß gar nicht, ob die Frage jetzt an mich ging. Ich habe jetzt einfach darauf geantwortet. Und die Sache ist die, wir müssen essen. Wir müssen alle essen. Und ja, weil wenn man nichts mehr isst, dann stirbt man und das wäre nicht so gut. Also das ist jetzt meine Expertenmeinung. Ja, ansonsten kann man auch mal in ein Restaurant gehen oder man geht in eine Bar. Oh, in eine Bar. Heute Abend? Wegen mir? Leute, wir dürfen. Klaus, habt ihr das schon vergessen? Ach ja, stimmt, ja, habe ich ganz vergessen. Gut, dann haben wir ja alles geklärt. Dann ist die Pressekonferenz hiermit offiziell beendet. Wenn ihr lobt habt, ich mache heute eine kleine Party. Da können wir zusammen Musik hören und gemeinsam schön Erdnussflips essen. Gut, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und wenn Sie wollen, können Sie in den Kommentaren eine Frage an uns hinterlassen. Sie wird dann... Oh, der beste Shit, den ich mir damals reingezogen habe. Wirklich. Ich habe sogar einmal darauf reagiert, glaube ich. Guckst du dir an die Karotten hier? ...eher zurückhaltend. Doch um den 16. März herum hatte man dann das RKI laut den Protokollen geknackt, denn da hieß es auf einmal, es soll diese Woche hochskaliert werden. Außerdem heißt es hier, dass man nur auf das Signal warte, um die Risikobewertung zu veröffentlichen. Wer genau das Signal gegeben hat, ist im Protokoll natürlich geschwärzt. Und jetzt kommt der Clou. Offenbar gab es keine Dokumente oder Protokolle, die wissenschaftlich belegen, wieso man eine neue Risikobewertung vorgenommen hat. Du hörst richtig, das war rein willkürlich, so aus Lüchst und Dollerei. Das war mal, mal gucken, was gerade passiert und so. Oder vielleicht sogar... Ja, und somit ist klar, dass es für eine Hochstufung... Raut's da, man? ...mals irgendeine wissenschaftliche Grundlage gegeben hat. Und das Fatale ist, alle weiteren Maßnahmen wie Schulschließungen, Lockdowns, Ausgangssperren, basierten auf dieser Hochstufung. Das heißt aber auch im Klartext, dass die Gerichte sich darauf verlassen haben, dass das RKI eine wissenschaftliche Einschätzung getroffen habe. Das war aber nicht der Fall. Eigentlich müssten jetzt auch alle Urteile gegen, was ich, Maskenverweigerer und so weiter, zurückgenommen werden. Es wird halt nicht wirklich aufgearbeitet. Das ist das Problem. Und so wie es rüberkommt, ist auch kein wirkliches Interesse daran, das aufzuarbeiten. Weil man dann auch Fehler eingestehen müsste so. Und in Fehler eingestehen sind Politiker und solche Institute halt ganz, 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 ganz schlecht. Aber es gibt auch weitere Erkenntnisse, die sich aus den Protokollen entnehmen lassen und die klar zeigen, dass man uns, sprich den Bürger, die ganze Zeit verdummt verkauft hat oder auf gut Deutsch verarscht hat. Im Protokoll zum 8. Januar heißt es zum Beispiel, verabschieden wir uns vom Narrativ der Herdenimmunität durch die Impfung. Einer sagt, aber das war ja nicht nur Deutschland, das war weltweit. Also haben die Eliten zusammengearbeitet. Die Frage ist halt auch, wer derjenige ist, der das entschieden hat, der ja geschwärzt ist in den Dokumenten. Weißt du, da könnte man so ein bisschen Schlussfolgerung auch ziehen, so von wo das eventuell gesteuert wurde. Und ja, ich stimme dir zu, das war weltweit, aber es war auch unterschiedlich in den Ländern. Also hier zum Beispiel in Mexiko war es nie so extrem wie in Deutschland. Es gab einige Länder, wo es halt extrem, extrem war. Und dann muss man sich halt die Frage stellen, warum das so war. Ich meine, in den Vereinigten Staaten zum Beispiel war es auch so, dass es zwischen den Bundesländern, also zwischen den einzelnen Staaten quasi, unterschiedliche Regelungen gab, was auch crazy ist, finde ich. Also in Florida weiß ich noch, wo ich da hingereist bin. Während in Deutschland Lockdown war, konnte man in Florida ohne Maske einkaufen gehen. Auch crazy. Und in L.A. musstest du auch, genauso wie in Deutschland eigentlich, aber in Florida, ich meine in Kalifornien, aber in Florida warst du frei. Deswegen, es ist schon sehr durcheinander gewesen, auf jeden Fall. Weiter heißt es, dass man zur Verhinderung von Infektionen bei den mRNA-Impfstoffen bislang nur Daten aus Tierversuchen habe. Und weiter, es wird vermutet, dass die Impfung einen Härteneffekt hat. Schweden hatte gar keinen Lockdown. Ja, genau. Also da gab es schon auf jeden Fall Länder, die sich da rausgezogen haben. Und da muss man sich halt dann fragen, okay, wie kann das möglich sein? Das ist ja absoluter Hammer. Man hat schon damals gewusst, dass die Impfung keine Ansteckungen verhindern würde. Und trotzdem hat sich Wieler danach hingestellt und behauptet, dass jede Impfung dazu beitrage, dass die Fallzahlen flachgehalten werden. Das ist halt schon krass. Da sage ich auch echt, Alter, das ist so heftig, ne? Was ist mit diesen ganzen Leuten? Also stell dir mal vor, du bist jetzt ein Mensch, der Impfnebenwirkungen hat. Oder du bist einer, der vielleicht sogar, es gibt, es gibt, ich muss mich immer wieder an diesen traurigen Fall erinnern, von dieser einen Mutter, die in dieser einen Dokumentation erzählt hat, dass ihre Tochter gestorben ist, nachdem sie sich impfen lassen hat, weil sie ihren 18. Geburtstag in einem Club feiern wollte und man nur mit Impfung reingekommen ist. Erzähl solchen Leuten mal, was hier gerade rauskommt, weißt du, wie ich meine? Und wer macht sich dafür gerade? Wer muss dafür büßen? Niemand. Wer entschuldigt sich bei ihr? Keiner. Versetzt euch mal in so eine Lage rein, weißt du? Pustekuchen. Und genau dieses Narrativ hat man bis auf Sätze dazu verwendet, um Druck gegen die Ungeimpften zu machen. Wir erinnern uns an Söders, die Pandemie der Ungeimpften. Oder hier, Weltärztepräsident Montgomery, der bis heute zu seiner Aussage steht, dass es eine Tyrannei der Ungeimpften war. Und natürlich unvergessen und ein Klassiker, diese nette Dame hier in den Tagesthemen. Na, herzlichen Dank an alle Ungeimpften. Dank euch droht der nächste Winter im Lockdown. Vielerorts wieder ohne Weihnachtsme... Oh, ey, bro, ey, das war eh, bro, bro. Vielleicht wieder ohne die Weihnachtsfeiertage im... Ah, Fusa! Na, herzlichen Dank an alle Ungeimpften. Dank euch droht der nächste Winter im Lockdown. Nee, Digga, Alter. Das ist so eine, das ist so eine in der Schule, so eine Pätze, kennt ihr die? Vielerorts wieder ohne Weihnachtsmärkte, vielleicht wieder ohne die Weihnachtsfeiertage im Familienkreis. Die angekündigten Maßnahmen in Sachsen und Bayern sind ein Schlag ins Gesicht für alle, denen vergangen... Dieses richtig krass vorwürfliche so, ihr seid schlechte Menschen. Wegen euch dürfen Eltern nicht mehr, dürfen wir kein Weihnachten mit der Familie ohne Weihnachtsmärkte. Die angekündigten Maßnahmen in Sachsen und Bayern sind ein Schlag ins Gesicht für alle. Melissa, bleib cool, so sind wir nicht. Auch Liebe für sie. ...den in den vergangenen Monaten solidarisch waren, die sich haben impfen lassen. Die Einschränkungen sind notwendig, ohne Frage, wären aber nicht nötig gewesen, wenn mehr Menschen verantwortlich gehandelt hätten. Alle Impfverweigerer müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, an der derzeitigen Situation mit schuld zu sein. Sie tragen Mitverantwortung dafür, dass die Gesellschaft wieder unter Druck gerät. Wieder Ärzte und Pflegekräfte über ihre Grenzen hinaus arbeiten müssen. Wieder Gastronomen und Ladenbesitzer um ihre Existenz bangen. Und sie müssen sich fragen, welche Mitverantwortung sie haben an den wohl tausenden Opfern dieser Corona-Welle. Das ist so krass. Guck mal, dann wird noch dieses so, du bist daran schuld, dass Menschen sterben. Das habe ich auch von sehr vielen Seiten gehört. Dass mir das so vorgeworfen wird. Immer wieder versucht wurde, auch im Nachhinein sogar. Im letzten Talk, den ich auch hatte hier, wurde mir das ja auch vorgeworfen, dass ich dafür verantwortlich war, dass Menschen gestorben sind. Und das ist halt voll crazy, wenn du überlegst, dass... Digga, jetzt mittlerweile rausgekommen ist, dass es keine wissenschaftliche Grundlage überhaupt für den Lockdown gab. Weißt du? Und dass sogar eventuell diese Leute, die sich dahingestellt haben und versucht haben, uns zu diffamieren und zu sagen, dass wir verantwortlich sind, dass Menschen sterben, selbst verantwortlich dafür sind, dass Menschen gestorben sind oder krasse Nebenwirkungen von der Impfung bekommen haben. Weißt du? Und das ist so crazy, wenn du überlegst. Dass Geimpfte weniger ansteckend sein als Ungeimpfte blieb eine der wichtigsten Fehlinformationen der Pandemie beziehungsweise der Corona-Krise. Ob es eine Pandemie war, muss man inzwischen auch in Frage stellen. Aber so weit hätte es niemals kommen dürfen. Eine weitere Frage wurde nicht sogar auch die, wurde nicht sogar auch die, die, die Regularien beziehungsweise die, dieser, wie sagt man dazu nochmal? Es muss ja ein bestimmter Punkt erreicht werden, dass etwas Pandemie genannt wird. Wurde das nicht sogar auch geändert während der Corona-Pandemie, dass man das auch wirklich Pandemie nennen kann? Während Corona immer wieder aufkam, wie gefährlich ist diese neue Krankheit eigentlich? Im Februar 2020 hat der Wähler noch Folgendes gesagt. Schaut selbst. Und in den Zahlen, die wir jetzt auf der Welt sehen, haben wir zurzeit, gehen wir davon aus, dass ein bis zwei Prozent der Menschen, die infiziert werden, vielleicht sogar sterben können. Also die saisonale Grippe, da haben wir Todeszahlen von etwa 0,1 bis 0,2 Prozent. Das wäre fast zehnmal so viel. Ja, das ist also eine schwerwiegendere Krankheit. In den Protokollen steht jedoch, interessanterweise, dass man Covid nicht mit der Influenza vergleichen sollte, da bei der Influenza mehr Menschen versterben würden. Guck dir das an. Das steht in diesen Dokumenten drin vom Robert-Koch-Institut. Diese Leute, die uns Panik gemacht haben, die Leute, die maßgeblich dafür verantwortlich waren, dass wir uns einsperren mussten, wussten, dass das Thema nicht so schlimm ist. Die wussten, dass das eigentlich sogar nicht mal so schlimm ist wie eine Grippe. Das musst du dir mal reinziehen und dann schreibt hier jemand bei mir im Chat gerade rein, wobei der erste Lockdown fand ich noch nachvollziehbar. Also jeder versucht auf Krampf irgendwas zu finden, wo man sagen kann, ja, das war noch nachvollziehbar. Es war nicht nachvollziehbar, auch nicht der erste Lockdown. Der war nicht nachvollziehbar und der war nicht rechtens. Da gibt es keine Rechtfertigung mehr. So, und es müssen die Leute endlich mal anfangen, das auch sich einzugestehen. Dass wir komplett von vorne bis hinten verarscht wurden und das mit uns ein Spiel gespielt wurde. Ja, wie krass das ist, dass manche Leute das einfach nicht akzeptieren wollen, weil man dann diesen rechten Verschwörungsmystiker mit Aluhut recht geben muss. Oh nein, dann bin ich ja auch ein Querdenker. Dann muss ich mir noch irgendwas aus dem Arsch ziehen, wo ich sagen kann, ja, aber der erste Lockdown und das ist ja auch so. Nee. Stand, oder? Auch hier sieht man wieder, hinter verschlossenen Türen hatte man offenbar eine ganz andere Meinung als da, was man nach außen hin vermittelte. Wenn man sich die Aussagen des RKI so durchliest, könnte man fast glauben, das seien selbst alles Verschwörungstheoretiker, Querdenker und Aluhutträger. Ich könnte hier noch etliche weitere Beispiele aufzählen. Zum Beispiel, dass man die ganze Zeit wusste, dass ein Mund-Nasen-Schutz nicht sinnvoll ist oder dass man sich im Klaren darüber war, dass die Lockdowns schwerere Konsequenzen haben könnten als die Krankheit selbst. Und da möchte ich auf eins hinweisen, für was ich großen Shitstorm bekommen habe. Ich habe damals im Streitgespräch beim Spiegel mit dem Wirtschaftsweisen Peter Bofinger gesagt, dass die Corona-Maßnahmen mehr Schaden anrichten werden als das Virus selber. So, so. Jetzt nach vier Jahren muss man sagen, habe ich Recht behalten. Aber den Shitstorm, die Diffamierung, die Diskreditierung, die meine Person angetroffen hat, war gigantisch. Same. Ich möchte mich genau aus diesem Grund nicht mehr einladen, weil man meine Person keine Plattform geben möchte. Schreibt mir alle an NTV. Dachte im Motto, hey, der Macher hat doch recht gehabt. Das sagen selbst die Protokolle des RKI. Das interessiert heutzutage keinen mehr. Ich kenne es selber. Es juckt die Leute nicht mehr. Du wurdest einmal gecancelt, du bist raus jetzt, Junge. Egal, ob das rechtens war oder nicht, du gehörst jetzt nicht mehr dazu. Oder Markus Söder zum Beispiel. Ihr alle erinnert euch sicherlich an seine harte Politik während Corona. Der König von Bayern hatte damals sogar die Impfpflicht für Kinder gefordert. Davon will jetzt... Schreibt einer im Chat und was bringt das eine Pandemie vorzutäuschen? Bro, hast du nicht... Das ist so krass, ne? Das ist so krass. Es gibt... Da kannst du jetzt zehn verschiedene Antworten drauf bekommen. Wie viele Sachen seit der Pandemie anders laufen? Geburtenrate ist nicht mehr so wie vorher. Die war eh schon im Keller und ist jetzt noch mehr im Keller. Kann man sich jetzt fragen, warum das so ist? Wenn Leute wie Bill Gates, der auch im deutschen Fernsehen präsentiert wurde, sagen, wir müssen die Bevölkerung minimieren, weil es zu wenig Platz und zu wenig Ressourcen gibt. Punkt eins. Punkt zwei ist, wie krass haben sich die Leute daran gewöhnt, vom Staat eingeschränkt zu werden. Du darfst nicht mehr rausgehen. Du musst jetzt einen Impfpass scannen, wenn du da und da hinfliegen willst. Du darfst nicht essen gehen. Du darfst nicht ins Gym. Nur noch mit diesem Impfpass und nur noch mit dieser App, dies, das, bla, bla, bla. Leute haben sich an den Scheiß schon gewöhnt. Und du wirst sehen, dass es in Zukunft definitiv auch mehr werden wird. Und es gibt noch so viele verschiedene andere Gründe, warum Leute sich das zunutze gemacht haben, dass ein neuer Virus durch die Welt geht, mit dem die jetzt der Bevölkerung Angst machen können, um ihre Kontrollmechanismen und Maßnahmen, die sie eh schon lange geplant haben, schneller umsetzen können. Die wollen Zustände wie in China, Digga. So, komplette Kontrolle der Bevölkerung. Nicht nur, was die denken und was die wählen und was die machen und tun, sondern auch, wie die sich bewegen, wo die hingehen, wo die nicht hingehen und so. Guck dir mal Agenda 2030 an, was alles geplant ist mit 15 Minuten Stätten und hier scannen, da scannen und so. Was denkst du, in was für eine Richtung das gehen soll? Also, what the fuck, Bro? Wir wissen natürlich. Außerdem hatte Söder den STIKO-Chef öffentlich heftigst attackiert, weil dieser gesagt hatte, dass er sein Kind nicht impfen lassen würde. Aber zum Glück, das Internet vergisst nie. Oder erinnerst du dich an den tollen Ethikrat? Ja, also ich kann mir vorstellen, dass auf den Joshua Kimmich im Moment unheimlich viel einprasselt. Und ob er will oder nicht, da steht er in einer besonderen Verantwortung. Er ist einfach eine öffentliche Person. Also wir haben ja tatsächlich vom Ethikrat sogar gesagt, es gibt eine moralische Pflicht für uns alle, uns impfen zu lassen. Das ist so crazy, Digga. Das ist so crazy, Bro. Das ist so crazy. Gerade beim Sportler, so weißt du, wie ich meine. Einer von der deutschen Nationalmannschaft war das, glaube ich, nur, ne? Der Kimmich war der Einzige, der Eier hat und gesagt hat, nee, Digga, mach ich nicht. Und dann haben die den einfach dazu gezwungen quasi. Was ist, wenn der am nächsten Tag einfach umgekippt wäre wie einige Sportler? Gerade Sportler. Das hat uns der Wurder ganz gut erklärt. Weil die einen guten Blutfluss und eine krasse Muskulöse sind halt, dass sich das Zeug noch viel schneller durch die Venen pumpt quasi und am Herz landen kann. Wie viele Sportler, diese Raten, wie viele Sportler einfach auf dem Spielfeld umgekippt sind, ne? Footballer, Baseballer, Fußballer, Tennisspieler, was auch immer. Die sind nach dieser Impfung extrem gestiegen. Extrem. Und dann musst du dir vorstellen, dass eine da sitzt quasi und ihm vorwirft, dass er eine extreme Verantwortung hat und das ist eigentlich ethisch gesehen, eine Pflicht von ihm ist, sich impfen zu lassen. Das musst du dir mal reinziehen. Natürlich besonders schade, wenn er solchen Informationen aufsitzt und irgendwie denkt, da könnten noch irgendwelche Langzeitfolgen oder sowas entstehen und das dann eben erklären, dass das eine der besten Medizinischen, also eine der medizinischen Maßnahmen ist, die so gut überprüft ist wie wahrscheinlich noch nie. Noch nie. Noch nie. Also wir haben uns noch nie so viel Zeit genommen, um Impfstoff auf den Markt zu bringen, wie bei dieser Corona-Impfung. Also es gab noch nie in der ganzen Historie von Medizin, gab es noch nie ein Medikament, was so heftig getestet wurde und so lange entwickelt wurde. Noch nie. Digga, willst du mich verarschen? Und das ist einfach, dass der Impfstoff ja im Körper abgebaut wird sehr schnell, dass der gar nicht mehr da ist. Also dass das extremst unwahrscheinlich ist, dass da irgendwelche Langzeitfolgen entstehen. Wow. In den Krankenhäusern liegen fast nur Menschen, die nicht geimpft sind. Das muss man sich einfach klar machen. Schlechte. Krass. Und ich sage Frau Buix. Übrigens, Frau Buix hat mich auf... Bro, das ist so heftig. Vor allen Dingen, die Leute haben mir selber zugegeben, dass diese Impfung viel schneller auf den Markt gekommen ist wie Impfungen, die vorher entwickelt wurden, weil Zeitdruck da war. Weißt du? Und die schnelle Markt gemacht werden musste. Und dann stellt die sich echt da ins Fernsehen hin und sagt, es gab noch nie ein Medikament, was besser getestet wurde und sicherer ist quasi durch die Blume. X ehemals Twitter geblockt, nachdem ich sie mit Fakten konfrontiert habe. Auch das ist eine Möglichkeit der, ja, der Auseinandersetzung des Diskurs, aber moralisch und ethisch vertretbar jemanden zu blocken, nur weil er mit einem sprechen möchte. Auch hier nochmal mein Hinweis. Also ich lade Frau Brück natürlich ein und wenn du mir helfen möchtest, dann schreibe mal eine E-Mail. Ich werde es unten verlinken, wie du sie erreichst, ob sie zu mir in den Kanal kommt, um fair gemeinsam über... Hauts? Einer Borddruckaufnahmen? Fühle ich? ...Zeit zu reden, um wirklich Aufarbeitung zu betreiben. Und übrigens, vom Ethikrat gibt es noch keine Stellungsnahme zu diesen Aussagen und noch keine Entschuldigung zu dem, was sie gesagt hat. Nach allem, was jetzt bekannt geworden ist, könnte man meinen, dass es endlich einmal Entschuldigungen seitens der Verantwortlichen geben würde. Doch wer darauf wartet, der wird leider... Mindestens Entschuldigung. Das ist nicht mal genug, meiner Meinung nach, aber wenigstens das und nicht mal das passiert, musst du überlegen. ...päuscht werden. Über die RKI-Fights hatten kurz nach Veröffentlichen vor allem die alternativen Medien berichtet. Doch der Aufschrei war irgendwann so groß, dass auch die Mainstream-Medien gezwungen waren, es sich mal anzuschauen und nicht mehr weggucken konnten. Am 24. März erschien dann ein Artikel im ZDF mit dem Titel Die brisanten Corona-Protokolle des RKI. Und hier wird es brisant, denn nach Veröffentlichung hat man hier offenbar nochmal am Artikel ein bisschen rumgedoktert. Hier hat man nämlich folgenden Satz entfernt. Echt? ...wissenschaftlichen Grundlagen die Hochstufung erfolgt, bleibt unklar. Stattdessen steht jetzt im neuen Artikel, die Passage in den Protokollen legt allerdings nahe, dass das RKI die Risikobewertung selbst gemacht und nach dieser das Risiko als hoch eingestuft hat. Einzig die Veröffentlichung der Risikobewertung hing demnach von der Freigabe der nicht namentlich genannten Person ab. Ja, holler die Waldfee, da war man wohl zu feuerlich gewesen und scheinbar... Zäger. Am Weekend... Ne, am WE wurde eine neue Risikobewertung vorbereitet. Doch, Weekend, ne? Soll diese Woche hochskaliert werden. Die Risikobewertung wird veröffentlicht, sobald ein Signal dafür gibt. Überlegt mal, Digga. Einfach der Name ist geschwärzt, Bro. Man weiß einfach nicht, welcher Kusin dahinter steckt, so. So krass eigentlich, ne? Haben die einfach den Namen weggemacht, so. Scheiße. ...namentlich genannten Personen ab. Ja, holler die Waldfee, da war man wohl zu feuerlich gewesen und scheinbar musste man noch schnell versuchen, das RKI doch in Schutz zu nehmen. Soviel zur Unabhängigkeit des ZDF. Das Problem ist nur, dass, falls das so stimmt, dann müsste es dazu auch Dokumente und Protokolle geben. Doch, die gibt es nicht. Das schreibt das Multibus. Haut mal Schätzungen in den Chat rein. Einer sagt, Bill Gates, was denkt ihr, welcher Name da verborgen ist? Du siehst also, es ist ein Kasperle-Theater und statt endlich mal richtigen Journalismus zu machen, versucht man noch zu retten, was zu retten ist, diejenigen, die die Wahrheit ans Licht bringen, zu diffamieren und so weiter. Kein Wunder also, dass es mittlerweile sogar einen internen Aufstand bei den Öffentlich-Rechtlichen gibt, die sich gegen die Diffamierung von Andersdenkenden Wänden. Aber das ist ein anderes Thema. Auch in anderen Beiträgen von ARD und ZDF macht man genau da weiter, wo man aufgehört hat. Und auch in der Politik gibt es nur Schnappatmung bei all den Veröffentlichungen. Karin Göring-Eckardt von der Friedenspartei Bündnis 90 Die Grünen warnt... Friedenspartei, ja, jo. Nee, ist klar, Digi. ...warnte, dass die Aufarbeitung die Demokratie gefährden würde. Oh, ja, ja. Können wir nicht machen. Ja. Die Seite sagt Jesus. Ja, Digi. Warum? Weil diejenigen, die gewählt wurden, Sachen gemacht haben, die undemokratisch waren und die... ...auf die Palme bringen. Es war eure Schuld. Ihr seid verantwortlich. Statt endlich die Brücke zu bauen, zu sagen, okay, es war ein Fehler und die breite Bevölkerung zu besänftigen, sagt man, diejenigen, die die Wahl an sich bringen, diejenigen, die den Finger in die Wunde legen, sind diejenigen, die die Demokratie gefährden. What? Was ist deine Meinung dazu? Bitte mal unten posten. So wie Julian Assange, ne? Oder Wikileaks. Die müssen umgebracht werden, Mann. Wie jetzt, Digga? Die haben Geheimnisse von Regierungen veröffentlicht, so. Das sind doch keine Helden. Also, dass die... Dass die breite Masse von Menschen mitbekommen hat, wie die Regierungen teilweise ticken oder die Geheimorganisationen... Nee, nicht Geheimorganisationen... Wie nennt man die nochmal? CIA und so. Ähm... Diese JungsInnen auf jeden Fall. Verkehrte Weltfreunde. Fucking hell! Ja, hätte die Politik nämlich damals ihren Job gemacht und die Menschen nicht in Angst und Schrecken versetzt, dann müsste man jetzt auch keine Angst haben, dass in irgendeiner Weise Demokratie tatsächlich gefährdet sei. Wo war denn die Sorge um die Demokratie, als man damals die Grundrechte außer Kraft gesetzt hat und Kinder vom... Geheimdienst, Dankeschön, Bro. ...gezogen. Ich hab im Kopf die ganze Zeit eben noch gesucht. Oder Leute, die durch ein Paar gejoggt sind, gefangen hat. Wo war die Sorge um die Andersdenkenden und die Menschen, die berechtigte Zweifel vor einer neuartigen Impfung hatten und die dann damals als Schädlinge sogar bezeichnet hatte in so einem Nazisprech? Wo war hier die Sorge um die Verrohung der Sprache, als man Ungeimpfte als Blinddarm der Gesellschaft bezeichnet hatte? Die Protokolle zeigen mal wieder ganz klar, dass die Kritiker recht hatten. All die Spinner, all die Aluträger, egal ob Back, die... Hi. ...Vortax oder wie sie alle heißen oder diese eine Schwabe da, Friedrich, ja genau, die dann immer wieder diffamiert und diskreditiert worden sind, haben mit fast allem Recht behalten. Und aus Verschwörungstheorien wurden Verschwörungen. Nochmal, es geht ja nicht darum, Recht zu behalten. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich auf der richtigen Seite der Geschichte stand und ich... Ja, same. ...um jeden Tag Feedback, dass ich vielen Menschen während dieser Corona-Zeit geholfen habe, dass ich eine Art, ja, Schulter war, an der man sich anlehnen konnte und auf die man sich verlassen konnte. Und das ehrt mich ungemein und das möchte ich auch weiterhin machen in allen Bereichen, egal ob Gesundheit oder Gesellschaft oder natürlich auch Politik, Geopolitik oder natürlich Finanzen. You get what you see. Ich bin authentisch, ich bin unabhängig von Politik, Parteien und so weiter. Mir geht es darum, dass wir als Gesellschaft, dass wir als Spezie uns auf dem richtigen Weg befinden und meine demokratische Pflicht ist es oder ein Akt der Nächstenliebe, dass ich meinen Mitmenschen helfe, weil ich möchte, dass es meiner Spezie gut geht. Unabhängig von Nationalität, von Sexualität, von Hautfarbe oder Religion. Fakt ist, man hat uns während der Corona-Zeit auf gut Deutsch verarscht und es hat nie irgendwelche wissenschaftliche Grundlagen für all diese harten Maßnahmen gegeben. Fakt ist, dass die Aufarbeitung jetzt erst so richtig losgehen dürfte und die haben wir bitter nötig. Denn Einsicht gibt es bei den Verantwortlichen anscheinend immer noch nicht. Bislang hat es noch nicht einmal eine Entschuldigung gegeben und das wäre meiner Ansicht nach das Mindeste, was kommen müsste. Ich kann nur dazu aufrufen, dass wir eine faire, friedliche Aufarbeitung vorantreiben. Nicht aus Vergeltung oder Rache, sondern weil so etwas sich nicht noch einmal wiederholen darf und weil es natürlich die Gesellschaft wieder zusammenbringen würde und auch das Vertrauen in die Institution, in die Politik zurückbringen würde. Teile und Herrscher, mein Jutz, da man muss halt gucken, was die Agenda ist, was umgesetzt werden soll und was gut ist für die Leute, die die Dinge umsetzen sollen. Wenn wir als Gesellschaft alle zusammenkommen würden und miteinander gut in Liebe leben würden, dann würden wir uns auch nicht mehr so leicht kontrollieren und steuern lassen. Und dann würden wir vielleicht auch mal die Augen aufmachen und dann merken, okay krass, da gibt es ein paar Menschen, die dafür sorgen wollen, dass wir, dass es uns nicht gut geht quasi. Weißt du? Und dann würde denen auffallen, dass es eine Menschengruppe gibt, die eigentlich mehr oder weniger über die Menschen entscheidet, die aber selber nicht sich an diese Regeln, die sie entscheiden, halten müssen und über uns drüber stehen quasi und die Entscheidungen, die sie treffen, nicht mal gut sind für uns so. Das würde den Leuten alles bewusst werden und dann denk, dann, bro, dann hättest du Aufstände in der Gesellschaft und so. Und dann würden manche Menschen sich vielleicht zusammentun und dann versuchen, die Regierung zu stürzen oder was auch immer, weißt du, im Extrem gesagt so. Deswegen Teile und Herrsche. Es werden immer neue Instrumente und immer neue Themen in die Gesellschaft reingestreut, mit denen wir uns spalten so. Das ist bewusst gemacht, meiner Meinung nach. Da bräuchte man doch keine Angst haben vor linken oder rechten extremen Parteien. Die historischen Fehlentscheidungen, die Inkompetenz, die Lügen haben ja erst andere Parteien größer gemacht, weil wir das Vertrauen in die Institutionen weltweit verloren haben. Ich bin daher auch dagegen, dass wir diejenigen, die sich entschuldigen, weiter an den Pranger stellen oder klein machen. Wir werden aufeinander zugehen müssen, doch dazu müssen die Verantwortlichen endlich auch zugeben, dass sie massive Fehler gemacht haben. Was meinst du? Was würdest du dir wünschen? Schreib es mir. Ich würde mir wünschen, dass wir alle gar keinen Wert mehr auf diese Verantwortlichen legen. Weißt du? Die haben nichts mit unserem Leben zu tun. Wir sollten nicht mehr auf die hören einfach. Stell dir mal vor, die breite Masse oder eine kritische Masse der Gesellschaft würde sagen, wir hören nicht mehr drauf. Wir machen einfach nicht mehr mit. Was wollen die dann machen? Alle töten? Geht ja nicht. Das würde ich mir wünschen. Schreib es in die Kommentare und bitte teilt dieses Video. Es ist extrem wichtig, dass diese Nachrichten rauskommen und zwar auch an diejenigen, die für den Lockdown waren, die für die Maßnahmen waren, die geimpft sind und so weiter. Und nur wenn du dieses Video teilst, wenn du Multiplikator bist, dann können wir auch mehr Menschen erreichen. Und mich würde auch mal interessieren, vielleicht ist der eine oder andere auch jetzt in der Zwischenzeit hier bei mir im Kanal gelandet, der vielleicht vorher für die Maßnahmen war, der gesagt hat, ja klar, komm alles her mit den Impfungen und so weiter. Schreib es dann bitte unten rein, würde mich wirklich freuen und ehren. Und ich danke jetzt schon allen, die immer wieder auf mich zukommen und sagen, Mensch, Marc, danke, Arbeit während der Corona-Zeit, das hat mir wirklich Halt gegeben. Und ich sage nur eins, tausend Dank euch allen für eure Unterstützung. Lasst ein Abo da und wie gesagt, unterstützt mich, indem ihr zum Beispiel mein Buch kauft oder natürlich. Ich meine, hat er gut zusammengefasst, weißt du, hat man nochmal gesehen, was in der Zeit auf jeden Fall alles passiert ist. Aber ich glaube, er ist auch einer, der das Vertrauen ins System auf jeden Fall nicht aufgeben möchte und auch Teil, glaube ich, weiß ich nicht, ob der jetzt AfD oder Wagenknecht, ich glaube Wagenknecht, auch halt in dieses Parteisystem vertraut und sagt, ey, das könnte die Veränderung sein. Die wollen halt die Hoffnung nicht aufgeben, dass man innerhalb von Systemen noch Lösungen finden kann. Ich habe das System, also das ganze System eigentlich aufgegeben, so wie es funktioniert bei uns in dem Land und glaube, dass ein kompletter System, eine komplett neue Denke entstehen muss, weißt du. Ja, was auch nicht einfach ist natürlich, ich habe da jetzt auch nicht die direkte Lösung, aber das Vertrauen ins System habe ich verloren und habe mein Vertrauen Gott gegeben und mir selbst, weißt du. Liebe geht raus, ja man, lasst eure Gedanken auf jeden Fall unten in den Kommentaren, da ich liebe euch, wir sehen uns im nächsten Video, macht's gut, bis dahin, Peace out, Gang.